Liebe Opfer und Mitgestörten, willkommen zu einer neuen Runde Command & Conquer Tiberium Wars hier bei Locals Live. Ich bin der Loris. Ich bin die Cassie. Und zusammen ergibt das... Locals! Yes, yes, yes! Auch wenn das jetzt gleich wieder heißt, ich hätte Drogen genommen. Hä? Ja, ich hab gerade ein paar Witze gemacht und Fumpy ausgelacht und so, da meinte Thorsten, da meinten beide direkt so. Ich hätte irgendwas genommen. Und das muss ein ganz hartes Zeug gewesen sein. Ah ja, war's auch. Es nennt sich Mönschenhass. Ja. So, Kampagne. Fortsetzen. Das ist ja dann die Nordrhein-Kampagne. Wir sind wieder da. Was greifen wir an, das Weiße Haus oder die Air Force Base? Äh, was war denn jetzt? Cheerio. Das Problem könnte der Nachschub sein, den Sie zum Schutz Ihrer kostbaren Touristenfalle brauchen. Wenn das erledigt ist, tun Sie mir einen Gefallen. Hissen Sie einen Nordbanner im Oval Office. Okay, das ist ein wichtiges Ziel, Commander. Andrews ist die letzte GDI Luftwaffenbasis dort. Wenn wir sie ausschalten, sind Sie nicht mehr in der Lage zurückzuschlagen. Also? Ich liebe dieses Wort, ausschalten. Jedenfalls. Infiltrieren Sie die Basis. Das ist doch Kellen. Bevor die wissen, was los ist, sind sie wie dann wie sie. Das ist doch G. Kannst du mir doch erzählen, was das ist. Warten wir nachgeguckt, ne? War der nicht, oder? Nein, nein. Der ist aus von Lost. Ah, Lost. So, Leute, ihr entscheidet, Weißes Haus oder Andrews Air Force Base. Ich meine, wir machen sowieso beides und ich finde beides geil. Ich könnte mich nicht entscheiden. Erzählt mir was, Kinders. Aber Thorsten kann mir nicht erzählen, dass er nicht gerade zumindest für einen kleinen Augenblick so kurz eingeschnappt war. Er sagt zwar, ne, auf gar keinen Fall. Ich, never ever. Aber er meinte, die Leute schalten an. Und müssen sofort lachen. Das ist Entertainment. Und er meinte, Thorsten, warum schaltest du bei deinen Streams dann nicht die Kamera an? Fand er nicht gut. Ich zähle mal 15 mal hin und her. Und dann die nächste nämlich. Was weiß noch? Gut. Na gut, Boss. Davon träume ich, seit ich in Sarajevo ein kleiner Zeit... Katak! Tal-chak! Goa-uul! So. Empfange Nachricht. Nachricht von hier ist ein wichtiges GDI-Verwaltungsgebäude. Irgendwelche Boxen sind noch dran. Eine Reaktion der GDI in diese Region zu provozieren. Neues Bonus-Ziel. Ah, ich verstehe. Warte mal. Ja, dass die nicht an man hat, hab ich ja gesehen. Geheimdienst-Daten aktualisiert. Geheimdienst-Daten aktualisiert. Warte mal eben. Ja, ja. Welche... Ah, ich weiß, welche das sind. Ich weiß, welche das sind. Die dicken. Die ganz dicken. Ach, die ganz dicken. Ja. Wieso, das zieht dir die ganz dicken denn an? Weil das jetzt hier mit an dem Ding dran liegt. Und da der keinen eigenen Ausschalter hat, hab ich den Kippschalter unten genommen. Und anscheinend ist die Anlage angeblieben, als ich die angemacht habe. Ach so. Da müssen wir jetzt dran denken, okay. Ja, ja. Ist halt alles neu. Ja, aber es ist mir sofort aufgefallen. Aber geiler Sound, den die bringen. Geiler Sound, den die bringen. Radar-Buggy kann ich ein paar bauen. Und, also, hier gibt's ja kein Nachschub. Doch, da gibt's Nachschub. Da musst du jetzt ein... Ingenieur, ne? Schrenger, Saboteur. Ausbildung. Unser Stützpunkt wird angeguckt. Ich hänge sie alle ab. Die Bruderschaft-Ausbildung. Ach, guck mal, da ist schon einer. Oh. Kämpfer durchladen. In dem Feld. Kämpfer durchladen. Kämpfer durchladen. Kämpfer durchladen. Kämpfer durchladen. Wir haben die Raketen. Ich stelle mich nur vor. Wir haben die Raketen. Feindliche Einheiten in Sicht. Wir haben die Raketen. Geheimdienstdaten aktualisiert. Einheit wird angegriffen. Wir haben die Raketen. Suchen wir sie. Guck mal auf der anderen Seite. Bei zwei, ob das... Genau. Es kommt ja nützlich sein. Unser Leben gehört King. Dann brauchst du noch ein Sampteer. Gebäude besetzt. Gehen wir sie erreicht. Hattest du noch einen? Unser Leben gehört King. Gehen wir auf die Jagd. Oh, ja. Gut, 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 gut. So. Eins und zerstören sie, erobern sie zwei Silos, um diese Mission zu finanzieren. Gehen wir auf die Jagd. Unser Leben gehört King. Gehen wir auf die Jagd. Ausbildung. Gehen wir auf die Jagd. Die Bruderschaft vertraut mir. Nimm doch schon mal die paar Dinger da, die paar Autos und guck mal, ob die da oben was haben. Wer steht als nächstes an? Notmut ist bereit. Los, los. Feindliche Einheiten in Sicht. Notmut ist bereit. Vorher hat's los. Ja, dann schick da schon mal deinen Ingenieur hin. Das Hauptgebäude darfst ja nicht angreifen. Notmut ist bereit. Kann ich Ihnen helfen? Notmut ist bereit. Holst Sie euch. Gehen wir auf die Jagd. Los, los. Gehen wir auf die Jagd. Nicht das überdaten. Los, los. Gehen wir auf die Jagd. Jetzt sichere erst mal den Leuten ihren Weg. Oder den Mann. Notmut ist bereit. Ich hänge sie alle ab. Schnell. Notmut ist bereit. So, jetzt machen wir dasselbe Spielchen mit der anderen Seite. Ich werde dann soweit. Können wir den noch reparieren? Ja, wir haben auch kein nichts zum reparieren aktuell. Gebäude besetzt. Einheit vorangekommen. Ausbildung. Ich hänge sie alle ab. Gehen wir auf die Jagd. Gehen wir auf die Jagd. Was brauchen sie? Dich. Gehen wir auf die Jagd. Oh, sehr gut. Gehen wir auf die Jagd. Gehen wir auf die Jagd. Das wäre halt jetzt mal was Schönes gewesen, wo wir interaktiv mit Erlte bestimmen können, Vampir, aber... Gehen wir auf die Jagd. Naja. So, dann sammeln jetzt alle deine Truppen gleich. Also zum... Wenn der da drin ist und dann greifst du das gut beurdern. Ja. Die hier machen das nicht. Suchen wir sie. Notmut ist bereit. Das geht ja gleich noch weiter hier, denke ich. Auf der Mail. Notmut ist bereit. Ausbildung. Gebäude besetzt. Bonusziel. Kämpfer durchladen. Vorwärts. Kämpfer durchladen. Feindliche Einheiten in sich. Kämpfer durchladen. Einheit wird angebrissen. Schrauben. Bin unterwegs. Kämpfer durchladen. Kämpfer durchladen. Einsatzziel erreicht. Kämpfer durchladen. Das wird die GDI wachrütteln. Wir haben die Raketen. Empfange Nachricht. Das Weiße Haus wird von GDI Produktionsgebäuden gehalten. Zerstören Sie diese und die umliegenden GDI Truppen, um das Weiße Haus im Namen von Nord 1 zu nehmen. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Das wird ein Angriff. Das wird ein Angriff. Wir haben die Raketen. Ja, Herr Urrall wäre so fließt, hat er nicht... Die kannst du ja dann auch von links und rechts mit... Da steht er als nächstes an. Los geht's! Einheit wird angegriffen. Weiter so! Jetzt, jetzt! Jetzt! Achtung, Commander. Die GDI Eingreiftruppe kommt schnell näher. Sie benutzen V35er für ihre Luftangriffe. Also kümmern Sie sich schnell um Ihre Luftaufwehren. Schauen wir. Commander. Zusätzliche Truppen nähern sich von Südwesten. Einheit befördern. Gehen wir auf die Jagd! Gehen wir auf die Jagd! Neues Bonus-Ziel. Gehen wir auf die Jagd! Mit Ihren Nordmods und Raketentrupps können Sie die Ox-Transporter abschießen. Postieren Sie sie in den Einflugschneisen der Transporter. Einheit wurde angegriffen. Gehen wir auf die Jagd! Gehen wir auf die Jagd! Was steht als nächstes an? Vorwärts! Gehen wir auf die Jagd! Gehen wir auf die Jagd! Gehen wir auf die Jagd! Hier, Raider! Aufsieht! GDI-Transporter nähern sich! Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit verhoben. Gini-Kolz! Jetzt kann schonmal nichts mehr rauskommen. Ja, da sind die Wachschen, ne? Die Weststadt! Gini-Kolz! Aber ne, da kann ich nicht gut das haben wir noch gebrauchen wollen, ne? Einbrief! Ich glaub, jetzt kommen die von der anderen Seite. Ich wäre dann soweit! Los geht's! Gini-Kolz! Oh, jetzt kann schonmal nichts mehr rauskommen. Ich hänge sie alle ab. Mit sie nieder! Dann holen wir sie mal vom Himmel runter! Ich hab was für sie! Commander, Entsatztruppen nähern sich von Westen. Schnell! Ich hänge sie alle ab! Dann schnappt ihr noch die von oben. Wer steht als nächstes an? Oh, es wird doch schon gehen. Guck dir das an. GDI-Transporter nähern sich! Feindliche Einheiten in sich! Einheit befördert! Bonus-Ziel erreicht! So, mach Platz! Wir sind die Feinde! Vorwärts! Commander, Entsatztruppen nähern sich von Osten. Einsatzziel erreicht! Mission erfolgreich! Juhu! Juhu! Ja, dann holen wir uns jetzt! Androos Air Force Base! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Feindliche Einheiten in Sicht! Empfange Nachricht! Suchen wir die Landeplattform! Die GDI kontrolliert zwei Landeplattformen im Norden der Basis. Ihre Zerstörung bedeutet das Ende für diese Luftwaffenbasis. Okay. Hier, Raider! Ja. Vorwärts, los! Die GDI hat in der Nähe einen kleinen Vorposten. Vernichten Sie ihn und mögliche Patrouillen, damit wir einen Schütztpunkt errichten können. Hit and run! Angriff! Jetzt, jetzt! Das wird ein Fest! Einheit wird angegriffen. Mit sie nieder! ein ein Andere Seite! ein mbf von könig mc fluschel wo kann ich denn jetzt hier mal ganz nächstes aber wir haben jetzt ja nichts mehr wo sollen wir denn jetzt was sie es ja kriegen hier ist doch nichts in der blauen zone kann halt nur die 7.000 anscheinend außer wir finden irgendwo so ein turm vorne war ein feindeshand was ist das da was da die große kugel treibstofftank ich kann jetzt truppen nachbauen was ist das hier dafür geld ausgeben aber kein zahlen ja dann halt männer ausbildung ja weil kämpfer durchladen fast vor dem feindlichen ding der zugang zur luftwaffenbasis ist gut gesichert stören sie die energie zufuhr auf der klippe um die defensivsysteme zu deaktivieren nutzen sie dazu die gleitenfähigkeit der schädel die schädel zu ihrer unterstützung sind eingetroffen wir haben die raketen los los wir haben die raketen geheim die schädel uns können diese defensivstellungen aus der luft zu machen wir unseren job unser leben gehört ich habe keine ahnung die schwingen von hat und zu reichen der mittel der weg ist frei lautlos der weg ist frei unterwegs das ist unser weg konzentration wird erledigt entschlossen unterwegs das ist unser weg unser leben jetzt kannst du dir zurück jetzt ist dann schon die bruderschaft ich werde dann soweit arbeiten wir zusammen da stehen da leute genau daneben von der gd ich weiß was ihnen helfen kann ich ihnen helfen jetzt machen wir erstmal da oben den durchgang den holen wir aber jetzt machen wir erstmal hier durch ein ein ich hab was für sie sie blockieren die straße ein das wird ein wo sind die feinde ausbildung vorwärts wir haben die raketen auf die beine wir haben die raketen einheit gefördert einheit wird angegriffen wir haben die raketen mit wir haben die raketen wir haben die raketen wir haben die raketen Äh, da unten sind Sachen zum Heimsammeln. Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Nichts wie weg! Angriff! Aber wer hat's los? Auf sieh! Einheit wird angegriffen. Radiert sie aus! Transporter nähern sich! Bin unterwegs! Not am Schaum! Ausbildung! Bau unterbrochen! Abgerufen! Gehen wir auf die Jagd! Ausbildung! Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Sind wir oben besiegt? Nein. Ich habe nur die Tropfen ein bisschen zurückgezogen. Ach so. Kämpfer durchladen! 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 Wir haben die Raketen! Den müssen wir uns auch noch machen. Äh! Wir haben die Raketen! Wir haben die Raketen! Wir haben die Raketen! Wir haben die Raketen! Wir haben die Raketen. Gehen wir auf die Jagd. Gehen wir auf die Jagd. Unser Leben gehört Cain. Feindliche Einheiten in Sicht. Wir kämpfen für Nott. Ja. So, dann schnappt ihr unten das Team. Und den Team sollen wir nicht verrücken? Ja. Gehen wir auf die Heide. Du musst ja mehr Geld holen. Also müsst ihr oben jetzt das Ding einmal holen. Bin unterwegs. Sind schon Ingenieure dabei? Nein, noch nicht. Nein. Aber wir können das ja schon mal sichern. Ja, ja. Das Gebiet. Unser Leben gehört Cain. Einheit wird angegriffen. Mach sie fertig. Los geht's. Angriff. Hit and run. Einheit wird angegriffen. Oh. Oh, dieser Bunker hier. Auf sieh. Schnell. Gehen wir auf die Jagd. Feindliche Einheiten in Sicht. Auf sieh. Mach sie fertig. Los geht's. Einheit wird angegriffen. Da. Einheit befördert. Ruhm und Ehre. Wir müssen den Kontrollturm zerstören, bevor sie reagieren können. Ja, den könnte er ja schon mal zerlegen. Gehen wir auf die Jagd. Gehen wir auf die Jagd. Verschangen wir. Mehrere Nordmods sind in Sichtweite. Gehen wir auf die Jagd. Unser Leben gehört Cain. Gehen wir auf die Jagd. Gehen wir auf die Jagd. Unser Leben gehört Cain. Was passiert uns denn eigentlich immer? Keine Ahnung. Warum mag uns denn keiner mehr? Ich mag dich. Ich mag mich auch. Und dich natürlich. Verfreie dich. Aber... Der Ton bleibt weg, oder was? Bestimmt irgendein Bug. Dein Stellung wirst du da jetzt nichts ausgeschaltet haben, aus Versehen, oder? Unwahrscheinlich. Genau. Müssen wir jetzt ohne Ton leben erstmal? Nee, auf gar keinen Fall. Was willst du denn dann machen? Zum Hauptmenü. Ach so. Und dann wieder laden gleich. Hauptmenü, wie siehst du, macht auch nichts. Initialisiert gar nicht mehr. Da müssen wir neu starten. Aber hier passiert ja nichts mehr. Ja, toll. Geil. Oder liegt aber ich jetzt doch irgendwas umgestellt. Hier am WC dürfte eigentlich nicht. Nee. Geh auch gerne aus. Das bohren. Zauberhaft. Das... 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 Es erscheint ja wieder das Ding in mich. Das ist ja Freude pur. Das ist ja... Freude pur wieder. Ich bin wohl noch. Das ist ja... ... Sigh. Ihr war ja schon bei Origin immer spinnt, habe ich ja hier schon Verknüpfung auf dem Desktop gemacht eben. Ich guck mal, ob es jetzt vielleicht besser funktioniert. Ich mag das nicht. Mhm. Ich mag das ganz und gar nicht. Ja, oder ich melde mich einfach ab und wieder an. So. Unser Leben gehört King! Keine Gnade! Schnell! Robert, los! Unser Leben gehört King! Unser Leben gehört King! Aufgepasst! Angriff! Ich habe ja immer noch ein bisschen zuhören. Auf sieh! Ne, ich hab ja die ganze Zeit hier so... Auf sieh! Und so reichende Mittel, und so reichende Mittel. Habe ich denn jetzt hier? Hier unten noch irgendwo einen? Shadow Team erwartet Befehle. Ja. Da ist einer. Was gibt es? Einheit befördert. Wo sind die Feinde? Den Rest hat es ja schon gelegt, ne? Aber jetzt können wir die ja zur Verstärkung noch hochschicken. Ja, ja. Ich werde dann soweit. Treffen wir uns erstmal alle hier zum Kaffeekränchen. Ja, du musst jetzt alle nur zusammenziehen, ne? Da oben stehen ja auch noch welche. Ja. Da oben stehen ja auch noch welche. Wird beide besetzt. Bonus-Ziel erreicht. Shadow Team erwartet Befehle. Ich hänge sie alle ab! Angriff! Das wird ein Fest! Shadow Team erwartet Befehle. Mach sie fertig! Vorwärts! Angriff! Shadow Team erwartet Befehle. Shadow Team erwartet Befehle. Einheit befördert. Vorwärts! Einheit befördert. Vorwärts! Los! Einheit befördert. Auf sieh! Los geht's! Scheiße! Schnell! Oh! 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 Schnell! Die Waffe bestätigt! Hit and run! Angriff! Vorwärts los! Schnell! Schnell die Waffe bestätigt! Jetzt! Jetzt! Mach sie fertig! Die Waffe bestätigt! Ja! Darüber! Auf sieh! Vereilung! die bruderschaft vertraut die bruderschaft vertraut wir müssen unter allen umständen die basis hier halten die hier sind erstmal ganz gut ja jetzt brauchen wir wieder männer die panzer die wir hatten flug einheiten infanterie flug ausbildung und männer gehen wir auf die jahr wir haben die raketen gehen wir auf die jahr wir haben die raketen unzureichende mittel jetzt können wir uns hier zurücklegen gib enz keine chance digga was jetzt schon bei der enz ja das enz was dieser eine typ immer sagt du bist nicht ein da sagt dass das soll man so machen weil das jetzt die perfekte möglichkeit wäre zu gendern seine schüler sollen ihn auch nicht herr professor sondern profs nennen ach so und die korrekte aussage zum beispiel ich bin ein käufer zu sagen heißt ich bin enz käufer ist das enz von in mensch da ist ja enz drin deswegen sollen jetzt alle enz machen ich bin enz käufer ist er und sie werden komplett durch enz ersetzt dann immer ja deswegen ich sag doch lass uns auswandern aber jay-z ist ja jay-z hat der große pläne für die zukunft hat genau hier in der stadt die universität die der braucht ja aber ich kann ja jetzt nicht irgendwo hinziehen höchstens in den vorort von essen mit unserem eigenen schönen garten unser kleines paradies riesenhecken drum wo ich dann nicht hinsetzen kann und nichts mehr von rum herum einfach gar nichts ansonsten wäre das jetzt nicht wären wir beide kinderlos hätte ich gesagt lass mal aussteiger werden irgendwo hier was weiß ich zur not sogar noch zu den englischen ja gut aber sowas halt wie wie mirko und dings haben und dann da schön selber anpflanzen und alles mögliche und scheiß auf die restliche welt aber dann bitte mit 15 kilometer bis zum nächsten nachbarn ich glaube das reicht doch hier jetzt an leute eine kleine dorfkommande ziehen wir haben ja so kleine us vorstadt oder so irgendwie sowas das würde ich auch noch machen wo der deputy wenn er dich nachts besoffen ja aber wieder so schlimm wieso ist hier zu fuß unterwegs ja frage ich mir haben akkord hat man doch hier alle oder sowas wie so eine schöne gegend aber das ist alles auch geld für jay-z na und ich habe gay gesagt boah jetzt steinigt mich hier die l y x t k p t r st u v w community keine ahnung so weit nee da habe ich auch noch früher in den 80ern als ich deutsch gelernt habe da hieß hat nicht ens da hieß hat nicht divers da hieß hat nicht dies da hieß hat nicht jenes und so weiter hieß hat einfach hey guck mal ja du arschloch ja ich habe gerade gedacht da hieß es nur entweder man ist waschlappen klappsparten und klappsparten ja waschlappen dann klappsparten genau besonders ganz ganz diese ganze problematik hier das n wort hier die sache und diese ganzen anderen sachen die hatten das kennen das ich weiß nicht wir sind jetzt andere teile von deutschland wahrscheinlich völlig überwältigt mit aber wir hatten hier im ruhrgebiet immer schon multi kultiviert werden diese ganzen probleme alle nicht da war das von immer schon egal was für eine farbe religion oder sonst was jetzt ein bester kumpel hat da hat keiner nach irgendwelchen oder ob einer hier schmuckele ist oder nicht hat auch keinen interessiert was meinst du wie weltoffen hier alles war wenn er einer schwul war weil er halt schwul dann gab es die lesben community die sind da rumgerannt und so weiter die sind ein bisschen komisch als sind die lesben da kümmern die scheiß heteros ja und das war es dann hat sich keiner mehr gestört wir sind hier sowieso hier schon das pompey der neuzeit also von daher ich bin ja auf meine rechnung eine einzige reichsige deutsche freundin gekommen in meinem bekannten kreis alle anderen hatten schmitte sind zwar die großseiten schon wieder irgendwas anderes mit drin ja martin ist glaube ich pole marcel kann ja was ja jetzt glaube ich der deutsch ist der klassische deutsche gewill ist zum zeit zum teil franzose und so geht das dann weiter dann hatte ich ja noch in einer höheren handelsschule den christer das sind glaube ich hier dingens hier israel und so weiter unser leben gehört dann hatten wir noch dann hatte ich noch den ecke auf der höheren handelsschule ecke hart naja dunkler schwarze haare naja nicht ungewöhnlich für metaller aber trotzdem keine ahnung was sehr genau war ja und mehmet naja mehr mit dem brauchst nicht drüber nachdenken und die tatjana auf der höheren handelsschule guck mal hier jetzt geht stützt der sound schon wieder ab ja aber das ist eigentlich alles zusammen alles irgendwie wird hängte da nicht mein leid ich weiß nicht was dann darf es vielleicht sonst vom arsch ich gehe in die küche habe ich was zu tun wie gesagt das war bei uns immer schon multi kulti und das war gut so und egal was du für eine gesinnung hatte es oder was auch immer das war immer schon egal hier im ruhr port das hat noch nie einen interessiert es sei denn du warst kommunist oh gott oh gott oh gott oh gott ja osse ging ja sogar wer hat ein paar aussies ex aussies fliehende aussies so jetzt will ich aber gerne mal wissen was hier jetzt für ein fucking problem ist auf einmal hier gab es nie irgendwelche probleme da 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 es war immer schon egal im ruhrgebiet wer wen oder was lebt es gab keine es gab schon ein bisschen nicht dass ich wüsste was gab es nicht feministinnen doch die gab es schon so eine randerscheinung dann habe ich aber nichts mit denen zu tun dann habe ich sie nie gesehen ja aber ich war doch sowieso hier auch schon alle sind doch alle gleichberechtigt bei uns in der ecke nur die gehälter sind verschieden aber das ist ein ganz anderes problem das mit den gehältern trifft nur wieder um die obere etage ja und was sie halt immer sagen ist ähm weil ja frauen immer in teilzeit gehen damit sie sich nur um die kinder kümmern können deswegen haben die weniger gehalten ist klar aber ein mann der auch äh der auch in teilzeit kriegt er auch das wenn wir beide vollzeit gehen beim selben arbeitsgeber kriegen wir auch das gleiche geld nur halt später um tatsächlich in den chefetagen da ist es unterschiedlich habe ich festgestellt keine ahnung ich war noch nie in irgendeiner chefetage ich habe das bei meinem ehemaligen arbeitgeber mitgekriegt das wird ein fest der männliche abteilungsleiter hatte fast 300 euro mehr auf jetzt jetzt als die weiblichen alle denselben job gemacht haben er hat sich sogar mit zwei von denen das büro geteilt weil er trotzdem mehr geld gekriegt verstehe ich aber nicht ja das hat keiner verstanden das kam irgendwann mal bei zufall raus mhm daraufhin haben die beiden frauen ja auch geschmissen haben beide gesagt nee wir machen keinen abteilungsleiter mehr wo war das denn in dem möbelhaus wo ich gearbeitet habe achso dass es nicht mehr geht genau also ja hat ja tradition so hampton roads let's check hampton roads ja wie gesagt das war hier nie im ruhrgebiet ein problem wir sind auch sehr liberal und so weiter eingestellt wir sind auch hier also kassi stimmt mir da auch zu denke ich mal dass wir uns ist das scheiß egal wer wen liebt oder was oder sonst was und wenn sie die sprache umbauen wollen weil die sprache sich entwickeln ist okay sind schlaue leute insgesamt wenn sich das durchsetzt und die mehrheit das will und das so entschieden wird ja gut dann ist das so da machen wir das auch mit abgesehen von der deutschen rechtschreibung die habe ich also die neue deutsche rechtschreibung die habe ich bis heute nicht mitgemacht ja und ja dann soll das so sein aber sowas mit ich bin ich bin ins käufins oder was auch immer das ja tut mir leid dass da macht man sich hinterher auf der ganzen welt lustig über uns ja und die leute die jetzt hier zugewandert sind oder zuwandern möchten wir sagen doch wir brauchen fachkräfte die die zuwandern sollen und so weiter wie sollen die denn diese sprache dann noch lernen dann lasst uns das ganz anders machen dann lasst uns in deutschland gleich als amtssprache und hauptsprache englisch einführen dann haben wir diese problematik nicht so ich habe gesprochen ab nach hampton roads empfange nachricht solange langley unter beschuss steht erfolgt die luftsicherung der ostküste ausschließlich über den entschieden des Paves wenn wir sie zerstören haben wir die absolute lufthoheit und können die bruderschaft aus der luft unterstützen patrouille nähert sich oh oh wir müssen jetzt hier mit was soll ich machen einem kommando das alles machen ja danke der gefällt mir positiv kinder ein da kommen sie Schatzi ja genau mein Typ wo denn rücke vor der gefällt mir istUR hier gut drück 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 Jaja, das ist ja eigentlich das offizielle Problem, dass es halt einfach keine Ausbildungsplätze gibt. Das ist nämlich tatsächlich, jedes Jahr lesen ich mich das selber, genau für diese, wo Fachkräfte fehlen, die keine Leute einstellen, also keine Ausbildungsplätze einstellen oder Voraussetzungen haben. Echt, das ist einfach nur phänomenal. Also du brauchst jetzt mittlerweile für Maler, Lackierer, Friseur für alles neuerdings schon Realschulabschluss, wo zu meiner Zeit sogar Leute ohne abgeschlossene Schule einen Ausbildungsplatz gekriegt haben. Und wenn man das wieder ändern würde, dass die Leute nicht mehr diesen hohen Anspruch da haben, weil mit der Meinung, wer nur Hauptschule macht, da taucht nichts, dann würden auf einmal wieder Leute rauskrabbeln. Nur halt wie gesagt, man müsste auch Ausbildungsplätze wieder stellen. Ah, komm mal. Brauchen wir gar nicht zwangsläufig, die halt auch so. Oh, hast du mir aber leid. Ja. Dann nehme ich, äh... Ich verstehe. Positiv. Äh, nein. Ja, es gibt ja Leute, die den Job machen wollen, die entweder keinen Ausbildungsplatz kriegen, weil das heißt, sie sind unterqualifiziert. Äh, oder sie finden keinen Ausbildungsplatz, jetzt gerade hier so im Handwerk. Gibt ja genug, die halt ins Handwerk gehen möchten, weil sie halt nur Hauptschule gemacht haben oder so. Und die nehmen auch dort wenige Geld. Freut mich, sie kennenzulernen. Ich verstehe. Positiv. Wirke vor. Positiv. Feindliches Kommando in Kopf. Mich ist verlass. Einfach, das ist am Ende für das Einsatzziel erreicht. Okay. Feindliche Basis in Sicht. Verstärkungen sind eingetroffen. Unsere? Ja. Was jetzt? Dann komm mal rüber. Drücke vor. Empfange Nachricht. Die GDI kontrolliert über das Büro der Hafenbehörde diesen Hafen. Zerstören Sie dieses Gebäude, um das zu ändern. Wir können die Scharfschützen mit unseren Sensoren orten. Schießen Sie los. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ja. Neues Onos Ziel. Nach unten. Einheit wird angegriffen. Okay. Wir haben sie auf dem Radar. Sterb-Einheit verordnet. Haben ihn im Visier. Verstanden. Wir greifen an. Selbstmordattentöter, ne? Oh, deine, deine ist fast. Ich bin gleich da. Einheit wird angegriffen. Bleib dran! Ja. Erfasse Ziel. Na klar. Okay. Koordinaten erfasst. Bonusziel erreicht. Neues Bonusziel. Alles ruhig. Wo ist er denn? Stopp da unten. Zurück. Klent. Der ist genau am Rand vom Monitor jetzt. Neunbrenniger. Das brauchen Sie. Oh, das willst du natürlich was brauchen. Welchen, der Geschäftsstar, der Gefechtsstand. Ja, wir müssen erstmal den Weg freigogeln. Was gibt's? Reihen runter. Okay. Okay. Knere mich ziel. Alles klar. Feuer. Armin im Visier. Mit sie nieder. Alles klar. Feuer. Alles klar. Verstanden. Wir greifen an. Hä? Wie soll's denn denn da durchkommen, ey? Wir haben sie auf dem Radar. Macht sie fertig. Wir haben sie nicht. Erstmal dafür sorgen, dass ja keiner mehr kommt, ne? Alles klar. Wir haben sie auf dem Radar. Wir haben sie auf dem Radar. Ich bin gleich dort. Ja, ja, von hier. Die können wir auf dem Radar. Verstanden. Wir haben sie auf dem Radar. Verstanden. Wir greifen an. Feuer. Dein Kommando da rausholen. Ja, ich arbeite da. Wir haben sie. Macht das klar. Alles klar. Verstanden. Na klar. Ja, ich bin hier. Und zieh die Mother weg. Ähm. Geh mal nach. Warte, warte. Geh mal nach links. Was ist da? Ich meine, hätt' ich nur so ein Ding gesehen, was heilt. Allzeit bereit. Hier ist meine Karte. Was, wofür brauchen wir das? Für die anderen Jungs? Ja, für die Schiffe oben. Also für die, äh, Flugzeuge hatte ich gehofft, dass sie da mitgehalten werden. Alles ruhig. Okay. Wo ist das denn? Äh, hatt' ich das gesehen? Hatt' ich das gesehen? Da, stopp. Äh, ist jetzt am linken Rand. Hinter den Containern. Bin gleich dort. Ja. Ja. Schade. Ich hatte gehofft. Na klar. Wurde ihn hatten erfasst. Was soll ich machen? So, das macht ja jetzt Regi hier mal Eingang. Ja, dann, die bald ist es machen. Was soll ich meinen? Oh ja. Ich verstehe. Wir brauchen die Intonation. Oh ja. Das Haus. Wir brauchen die Intonation. Oh ja. Was soll ich denn? Ja, was soll ich denn? Die Basis ist kein Problem. Die Sache mir macht jetzt nie die Buggies. Ja, der erste Skywag. Vom Haus aus kein Problem, siehst du? Ja, der erste Skywag ist ein Problem, siehst du? Ja. Nord wird völlig falsch verstanden. Wir sind die Befreier der Welt. Und feindliche Einheiten in sich. Oh, der so weep weep der Buggie. Mein Observatives Risiko ismus Da kommen die Buggys her, da kommen die Männer her. Ja, ich bin hier. Mit freundlichen Grüßen. Mit explosiven Grüßen. Mit freundlichen Grüßen. Was jetzt? Die wissen gar nicht, wo ich bin. Ach so. Ja, weil du musst trotzdem... Ja, scheiß drauf, komm. Okay. Okay. Die Einheit wird angegriffen. Einsatzziele erreicht. Ihr Muster fällt mir. Sie lebt immer noch. Nacht, die Fumpy. Schön, dass du da warst. Ach, er ist ja schon wieder 22 Uhr. Ja, ja. Kinder müssen ins Bett. Genau. Washington. DC. Ja, so etwas gefällt mir. Jetzt folgt das Hauptgericht, die Supershow. GDI-Truppen stehen vor den Toren Washingtons und warten auf Verstärkung, die nicht kommen werden. Diese Mistkerle sind jetzt erledigt. Vernichten Sie diese Ungläubigen und sichern Sie unsere erste blaue Zone. Wohnen Sie es für Cain, Amanda. Für Cain! Ja! Ja! So, guck mal, wir haben... Die Schwarz mão. Empfange Nachrichten. Zerstören sie die GDI-Basis im Nord-Osten. Ja. Feindliche Einheiten in Sicht. Es gibt viel zu Toren. Kommen Sie... Geheimdienst Daten aktualisiert. Okay, dann wollen wir uns doch mal erst mal... Was haben wir denn? Wir haben... Ne Dingens, Ne Dingens, Bummens. Also das haben wir, die Raffinerie. Die Hand haben wir. Es fehlt die Waffenfabrik als nächstes. Baut. Wie süß. Den Schreiben der Geheimnisse haben wir auch. Und hier Kommandozentrale bauen wir noch. Und dann noch einen zweiten Sammler, würde ich sagen. Aber eine zweite Raffinerie droht sich nicht. Nee. Wir haben ja nur ein kleines... Neues Odus-Ziel. Bauen Sie einen Schredderturm, ja. Bau abgeschlossen. Haben Sie den Verteidigungsknoten errichtet, können Sie innerhalb des Radius drei Geschütze stationieren. Mhm. Geheimdienstdaten aktualisiert. Baut. Ausbildung. Ja. Blablablabla. Da freue ich mich ja schon am meisten drauf. Auf die geile, mega geile Stützpunktverteidigung. Und Nod ist von jeher immer schon wesentlich effizienter im Umgang mit Tiberium gewesen. Ja. Jetzt wird geerntet. Neue Bauoptionen. Guck dir allein mal an, was wir alles machen hier mit zwei Kraftwerken. Ja. So. Was ist denn das andere? Tiberium-Siegel? Ich habe jetzt eigentlich alles... Na guck mal. Kommandozentrale ist da. Äh, bei der hier. Ne, keine Ahnung, was ist das untere? Infusion. Ähm. Fällt dir was auf? Silos benötigt. Wir haben keinen mobilen Bauhof. Flammenpanzer sind unterwegs. Flammenpanzer eignen sich für den Häuserkampf. Bauen Sie in der Waffenverbind weiterer Panzer. Ich gehe jetzt mal wieder zurück. Langsam. Konnte ich ja jetzt nicht ahnen, habe ich da jetzt antanzen. Feindliche Einheiten in Sicht. Sie werden uns verrichten. Sie werden uns verrichten. Und Männer. Und Fahrzeugis. Und Städte werden wachsen. Kämpfer durchladen. Kämpfer durchladen. Kämpfer durchladen. Kämpfer durchladen. Ausbildung. Kämpfer durchladen. Feuerdinger sollst du bauen. Wir haben die Raketen. Nordmoth ist bereit. Wir haben die Raketen. Wo ist unser... Unser... Steht da. Das ist dieser... Wir haben die Raketen. Große... Nordmoth ist bereit. Wir haben die Raketen. Große was auch immer. Wir haben die Raketen. Nordmoth ist bereit. Gehen wir auf die Jagd. Unser Leben gehört Kay. Gehen wir auf die Jagd. Boah. Ja. Gehen wir auf die Jagd. Leben gehört Kay. Wie viel sollen wir bauen? Bauen sie einen Schredderturm. Nichts kann uns stoppen. Unser Leben gehört Kay. Feurige Zerstörung. Schwerze Hand. Bau abgeschlossen. Neues Brotes Ziel. Unzulreichende Mittel. Ungeeigneter Bauplatz. So, die Truppen. Schirmt die Tanks ab. Feindliche Einheiten in sich. Wir werden warm. Schönen Team erwarten Befehle. Mit der Haube in den Waffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit verloben. Einheiten. Einheiten helfen. Gut. Setz da mal jetzt ein in dieses Haus da rein, ein Team. Wir haben feindliche Luftunterstützung auf dem Radar. Wir hören die Transporter bevor sie landen. Feindliche Waffen. Einheit wird angegriffen. Und die auf der anderen Seite auch noch. Dann brechen wir auf. Feierige Unterstürzung bitte. Auf die Beine. Auf die Beine. Mit der erhobenen Waffen. Nichts kann auch nicht stoppen. Wir haben ein bisschen. Nein. Wir werden hier in den Kampf gezwungen. Wir werden hier in den Kampf gezwungen. da oben sind jetzt erstmal ganz gut dass immer die straßen sind ganz nass ich hänge sie alle ab wer sammelt ab jetzt auch immer hier und ihr sammelt auch hier aus diesem feld und jetzt ziel erreicht was ist denn gut den flug anhalten vorwärts die noch gesperrt die sind gegen fahrzeuge jetzt erstmal noch ein kraftwerk abgeschlossen wir sind bereit euch hat sie aus Kannst du ein Kraftwerk bauen? U-Bahnhof erobern, okay. Das werden wir noch machen. Jetzt noch einen zweiten Laserturm. Führt da oben so rum. Dann ist hier unten die Base erstmal secure. Dann können wir die Jungs hier nehmen. Wir brennen. Guck mal, dass der alte Flaggwerfer repariert wird. Ich sehe das leuchten. Ja. So, das sollte er jetzt mal reichen. Da kommt doch so schnell keiner durch. So, und jetzt machen wir hier ein bisschen Stunk, weil jetzt brauchen wir hier mal für diese. Ich soll also auch noch den Bereich da oben einnehmen, ne? Ja. Noch mal zwei Saboteure. Fünf, 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 fünf. Ja, so, das war ich jetzt mal. Das war ich jetzt mal. Sachen in den Häusern drin? Ja, heute in den Häusern. Ja, als Abwehr. Kämpfer durchladen! Das war jetzt so, was ich wissen wollte. Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Und da haben wir noch eine Kaserne, die wir dann auch noch... Kämpfer durchladen! Ja, jetzt sieht das wieder in den Häusern. Kämpfer durchladen! Ja, jetzt geht das wieder ein Hauser-Kampf, ja. Gehen wir auf die Jagd. Unser Leben gehört King! Lieder mit den GDI! Ja, ich glaub das ist, ja! Einheit wird angegriffen. Unser Leben gehört King! Unser Leben gehört King! haltet durch männer haltet durch diese kampftruppe hier ist bald soweit viel anders bleibt ja auch nicht übrig war das tiberium fährt weggeknuspert ist haben wir noch irgendwo eins unten in der ecke das ist eine blaue zone nach wie vor ne ich wundere mich dass hier überhaupt ein tiberiumfeld ist ja weil es ja links rechts an der ecke ist weißt du da ist noch ein tiberiumfeld mitten in der feindlichen base wo denn sonst ja jetzt aber wie man sieht ja auch so ein ding heruntergekommen gehen wir auf die jagd unser leben gehört kein einheit wird angegriffen wir mal eben mit der truppe hier da sind ja auch die schon dabei die ja einer zu machen wir jetzt erst mal hier gegen dieses ding hier vor und holen uns dann das unsere feinde werden brennen flammen sind umrecht da das war langsam ganz entschicken er ist unterwegs ist rechter gehen wir auf die jagd dachte ich da kommt er er macht das jetzt ich hoffe das bringt uns irgendwas ja so ein paar dollar oder so oh weiter dahinter ist noch ein haus mach es schnell platt schwarzer sind bereit neues bonusziel einheit opfern sie in flammen einheit 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 das wir das tiberium verbreiten das müssen wir mit der vierern machen zerstören ja ok position halten erstmal bitte feindliche einheiten in sicht macht die platt wenn es kommt drauf ankommt ja der ist im basis oder so so vorstehst ja ne wir brennen unser stützpunkt wird angegriffen langsam what the fuck ach das ist der u-bantur könnte man da durchlaufen wann brechen wir auf schwarze hand einsatzbereit räuchert sie aus das war es das war es hu die ich habe was für sie vorwärts los einheit wird angegriffen das wird ein fest angriff hab ich auch gerade gedacht der schickt jetzt alles was er kann mach sie fertig vorwärts los los bringt nichts zieh zurück rückzug schnell wo sind die feinde er hat auch so flammendinger so seine granatenwerfer da ne ja wir haben auch kein geld mehr nix ich weiß ich weiß ich habe aber gerade auch im moment keine idee los geht's unser stützpunkt ratiert sie aus schwarze 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 jetzt hat das hätten wir hier durch gehabt ja aber das ist jetzt weg aber das hieß ja auch nicht dass wir halten müssen ja sie kommen durch sie sind durchgebrochen ja ich weiß ich weiß schwarze kannst du auf reparieren klicken schwarze 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 und nicht Unser Stützpunkt wird angegriffen. Abgedraut. Nordmond ist bereit. Nordmond ist bereit. Abgedraut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Unser Stütztorps wird angegriffen. Die einen fliegen hier runter und schätzen mal, die haben eine ganze Menge Leute angekarrt. Aber guck mal, die haben noch, ne, noch ein bisschen haben sie noch gelitten hier. Wir hätten es sogar fast geschafft, hätten wir uns drauf angelegt. Bessere Verteidigung, ganz viele, ganz viele Raketenleute und ja, nicht so viele Männer verpulvern an der Front. Wir sind die Auserwählten. Geheimdienstdaten aktualisiert. Baut, feindliche Einheiten in Sicht. Empfange Nachricht. Zerstören Sie die GDI Basis im Nordosten. Ja, ja, ja. Hier müssen wir dann hinterher auch verteidigen, wenn die dann von da oben kommen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Ausbildung. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Haben Sie den Verteidigungsknoten errichtet, können Sie innerhalb des Radius drei Geschütze stationieren. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Ich glaube, ich weiß nicht, sollen wir überhaupt einen MBF bauen oder was? Ich versuche halt trotzdem nochmal. Wir haben die Raketen. Kannst ja nicht anders. Konntest doch gar nicht den Schraderturm anders bauen. Ja, ja. Wir haben die Raketen. 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 Wir bauen für die Bruderschaft. Natürlich. Findet einen Ort, der Keynes würdig ist. Flammenpanzer sind unterwegs, baut, unzureichende Mittel. Einheit wird angegriffen. Flammenpanzer eignen sich für den Häuserkampf. Bauen Sie in der Waffenfabrik weitere Panzer. Schützt den Treibstoff. Bau abgeschlossen. Unzureichende Bauplätze. Bau abgeschlossen. Einheit verloren. Was? Hm? Gebusch. Ich wollte mir ja kupferblonde Haare färben, ne? Ja. Ein anderer hat es heute gemacht. Bau abgeschlossen. Um ist es ja so, wie es sein sollte. Aber unten rosa? Ungeeigneter Bauplatz. Baut. Feindliche Einheiten in Sicht. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Ja, habe ich, habe ich vorhin gemacht. Einheit wird angegriffen. Einheit verlogen. Dann hat man nur ein großes Problem hinterher. Oh, wir werden sie. Fürchtet die Flammen. Aber ich baue mich jetzt hier auch gerade ein bisschen ein. Ja, ja, das ist sowieso. So. Konusziel erreicht. Baut. Bau abgeschlossen. Wir haben die Raketen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wir haben die Raketen. Schirmt die Tanks ab. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Neues Oberstziel. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Ich brauche noch mehr Lasertürme. Du siehst ja, was die machen. Wir haben die Raketen. Warum brauche ich jetzt auf einmal so viele? Ich weiß es nicht. Wir haben die Raketen. Bau abgeschlossen. Wir haben die Raketen. Ausbildung. Wir haben die Raketen. Unzureichende Mittel. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Baut. Wir haben die Raketen. wie scheiße auch auf die u-bahn feurige zerstörung ja da fing das an scheint weil du dadurch hat wirklich leute schicken kannst hat hinter die feindlichen läden ja oder kognitiv groß angriff reparatur läuft Ich will den erstmal hier abgeschlossen kaputt hauen, oder? Unzureichende Mittel. Ja, jetzt kommen ja Truppen, dann können wir ihm hier wehtun. Ich hätte ja auch gerne irgendwie Luftangriffe aber so, aber es gibt ja nichts. Immer mehr Gebäude einnehmen geht natürlich auch, aber irgendwann kommen sie dann natürlich ne? Aber wenn wir überall schwere Kampftruppen drin haben, können wir ja jetzt erstmal die Stadt einnehmen, ne? Ja. Die sind in diesen Gebäuden. Vorsichtig. Dann brechen wir auf. Wir werden warm. Wir haben die Raketen. Einheit wird angegriffen. Wir haben die Raketen. Einheit befördert. Nichts kann uns stoppen. Wir haben die Raketen. Gehen wir auf die Jagd. Männer, 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 ne? Ja. Oder später müssen wir sie ja angreifen. Wir haben die Raketen. 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 Und in den Kumpeln. Wir haben die Raketen. das feuer ist mit uns die basis dahin ist mir egal diese u-bahnhof wir haben feindliche luftunterstützung auf ich bin auch die jahre sie bei einheit wird angegriffen einheit verhoben das war und Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Einheit wird angegriffen. Wir haben die Raketen. Opfert sie den Flammen. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Wo sind denn jetzt noch mehr feindliche Luftunterstützer? Die kommen dann jetzt alle von unten die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade welche von oben runter geflogen. Soll Kampfgruppe 1 jetzt erstmal vorrücken? Ja, hier vorne war da eben bei uns schon. Ja, wir gehen jetzt hier rechts rum. Einheit wird angegriffen. Einheit verlogen. Vorsichtig. Neues Odos Ziel. Hier ist er ein Silo. Ja. Wir haben die Raketen. Sie aus. Kane wird hoch erfreut sein, dass wir das Tiberium verbreiten. Opfer zieht in Flammen. Langsam. Ich habe das Gefühl nicht los, dass das eine Scheißidee ist. Die Einheit muss nochmal nach Hause kommen. Nichts. Langsam. Kämpfer durchladen. Kämpfer durchladen. Kämpfer durchladen. Kämpfer durchladen. Ertet so viel wie ihr könnt. Kämpfer durchladen. Einheit verloren. Eheere Jung, nichts kann uns stoppen. Stopp! Jetzt gibt er wieder Ruhe. Wird einer aufs Maul gekriegt, jetzt ist er wieder still. Wer weiß nur wie lange noch. Hier vorne ist schon alles zu Klump geschossen. Ja. Ja, 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 ja. Was ist mit ihm? Grüne Felder. Ab. Verhältliche Einheiten in Sicht. Äh, ja. Nach die... Schlafschönen. Schön hast du da warst. Kämpfer durchladen. Kämpfer durchladen. Jetzt kommt er mit diesen BMT's, siehst du? Drück den... Oh, fuck. Kämpfer durchladen. Kämpfer durchladen. Hinter die Türme. Und jetzt. Ja, das wieder geht. Ich hätte ja gerne die großen... ... Komm noch, Schatze, komm noch. Männer, Männer, zurück hinter die Türme. Sammler wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Komplette Kampfeinheit rechts rüber. Und... Gegenschlag. Sofort Gegenschlag. Unser Schlitzpunkt wird angegriffen. Die Flammen sind hungrig. Komm. Dreck Konter. Dreck Konter jetzt. Vorsicht! Wann brechen wir auf? Weiß man nicht? Hm? Ah. Ah, ja, ja, ja. Unser Sammler ist da, alles gut. Flammen sind hungrig. Ich wollte nur wissen, wo jetzt unser Sammler ist, dass er gerade angegriffen wurde. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Da. Da sind erstmal die Türme, genau. Feindliche Basis in Sicht. Feindliche Einheiten in See. Durchrücken. 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 24 auf die 19. Läuft. Da kommt schon, das muss reichen jetzt. Und aus, und aus, und aus, und aus, und aus. Jawoll. Macht sie fertig. Aus. Jawoll. Macht sie fertig. Verstärkung, los. Verstärkung, die sind tot oben. Hm? Ja. Oh fuck. Rückzug. Wie konnte das so schnell passieren? Das sind ja Bazillionen. Und die greifen uns jetzt wahrscheinlich alle an. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, ja, ja. Boah, wie viele. Boah. Das Tiberium wird uns befreien. Du bist voll. Ja, wenn das Warte voll ist. Jetzt wird sie aber angegriffen. Scheiße. Tiberium ist Macht. Sammler wird angegriffen. Abliegen. Doch, ist das sicher? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, der kommt schon heim. Einheit wird angegriffen. Kämpfer durchsagen. Ein Ruf der Luf. Kampfgruppe. Noch mal ist bereit. Nachüber. Da wird sie aufsehen. Aber es tut ihm auch weh. Wir sind noch gut aufgestellt. Ich muss nur die Seite hier noch zumachen gleich. Ich bin ja dabei zu bauen. Ich komme erst mal zwei Stück heim. Dann machen wir rechts zu. Hat nicht gereicht. Grüne Felder. Ah, guck mal. Schön. Direkt vor der Haustür. Noch mal hier so ein bisschen schlabbern. Guck mal. Jawohl. Reib dich ruhig auf an mir. Du, jetzt komm mal mit der Ablieferung. Verteidigungslinien verstärken. Los. Da kommen noch mehr. Da schaffen wir es. Da haben wir es. Zurück, zurück, zurück. Keine Gnade. Schnell. Bin unterwegs. Nein, nein. Erst mal zurück, 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 zurück. Ah. Ja. Ja. Ja, das ist eine Hausfrau in die Länge und das andere nicht. Ich werde dann soweit. Mach weg. Das wird ein Fest. Angriff. Mit sie nieder. Einheit wird angegriffen. Ausbildung. Keine Extraburst. Yes, yes. Einheit verloren. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Unzureichend in der Mitte. Ich brauche wieder so einen Flammenpunter. Ja, ja. Baut ja, hast du einen. Ja. Ausbildung. Es brennt alles nieder. Schirmt die Tanks ab. Räuchert sie aus. Brennt alles nieder. Zurück, hinter die Linien. Erlöst uns. Nein. Ich kann mich alles nicht mehr leisten. Jetzt muss das reichen. Das muss halten jetzt. die letzten wieder in die gebäude noch das heißt wir müssen dann mit den flammen dinge losziehen und alle gebäude dort vernichten vorausgesetzt sie schießen auf uns von den gebäuden aus mit schützen am besten ja jetzt muss dann aber erst mal wieder geld reinkommen aber ich glaube mal das größte haben wir jetzt für den moment unter überstanden aber da oben sind auch schon gebäude besetzt ja ja kämpfer durchlagen die müssen wir mit denen kämpfer durchlagen wir müssen näher ran opfern sie den flammen und so richtig sind jetzt schnell leute von dir einsetzen war sonst wir sind bereit kommen die jungs auch man kann nicht zurückschießen auch nicht mehr für lange ich kann sie hören genau den referieren ausbildung einheit wird angegriffen naja wir versuchen sie auf ihrem eigenen gebiet zu schlagen ja 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 Da ist ein Einheit verloben. Einigende Flammen. Auf zu den Kristallen. Merz. Ja. Ich gehe gleich in einen Augenblick. Gehen wir auf die Jagd. Ungeeigneter Bauplatz. Boah, da haben sie schon wieder ein Gebäude genommen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Was? Die ist wunderbar leuchtend. No, 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 no. Baby, nein. Wir haben die Raketen. Sonder verloren. Wir haben die Raketen. Ja. Und die machen sich hier in einem alten Schwimmbecken bereit. Aber warum? Weiß ich nicht. Aber hier oben sammeln wir ganz gut im Moment. Wir, wir... Kramen uns jetzt weiter ein. Und dann... Und dann... Trinken wir die. Wir sind drei Reichen. Wir müssen die Hälfte. Die Unterstützpunkt wird angebildet. Einheit los. Einheit los. Einheit los. Einheit los. Einheit los. Wir haben die Raketen. Langsam. Frau abgeschossen. Wir müssen die Hälfte. Wir haben die Hälfte. Opfern sie den Flammen. Räuchert sie aus. Opfern sie den Flammen. Vorwärts. Guck, dass du die Fahrzeuge repariert hast. Ja. Wir werden fahren. Ich geh eine Rundgang durch die Wohnung machen. Ja. Baut. 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 Wir werden mehr. Ich hab was für sie. Feindliche Einheiten in Sicht. Vorne. Auf zu den Kristallen. Sammler wird angegriffen. Wir werden. Da. 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 Unruhe. Reine. Zwei Reißer. Drei Reißer los. Baut. Nichts kann uns stoppen. Vorsichtig. Gebäude offline. Dies wunderbare Leuchten. Feindliche Einheiten in Sicht. Bau abgeschlossen. Gehen wir auf die Jagd! Gehen wir auf die Jagd! Einheit wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit befördert. Nordmot ist bereit. Unzureichende Mittel. Gebäude online. Baut. Wir haben ein sogenanntes PAD hier an der Stelle. Dich herr? Gehen wir. Baut. abgeschlossen not not is bereit baut baut Danke, Süßnut. Bitteschön. Da der jetzt jedes Mal hier wieder voll aufgeladen wird innerhalb kürzester Zeit, der eine, kramen wir uns jetzt gerade richtig bösartig ein, sodass sie da auf gar keinen Fall mehr durchkommen und bauen dann in der Hinterhand gemütlich unsere Armee. Wobei die Angriffe jetzt nachgelassen haben im Moment. Der muss sich selbst die Wunden lecken gerade, glaube ich. Ja, ich denke auch. Da bist du schon recht gut angekramt, oder nicht? Hm, bis auf da unten. Und zurück. Ja, da geht auf jeden Fall überall noch ein klein bisschen was. Aber wie du siehst, läuft das ganz gut. Das Kraftiwerk ist auch gleich fertig. Da rennt er hoch und macht sich hier voll jedes Mal. Ich muss jetzt als erstes hier nochmal eine doppelte Sicherung einsetzen. Hier brauchen wir noch jeweils einen Turm von jeder Sorte. Und dann da unten jeweils einen noch von jeder Sorte. Mitte ist in Ordnung. Ja. Weil die Flanken dann hier mit unterstützen. Und dann können wir hier im Hintergrund Truppen bauen und dann gehen wir ihm nach und nach. Wo ist denn jetzt der... Und dann geht es um den Kristall. Gib ja. Ja. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Nordmot ist bereit. Nordmot ist bereit. Unzureichende Mittel. Ungeeigneter Bauplatz. Baut. 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 Unser Stützpunkt wird angegriffen. Das war das eigentliche. Einreifung. Einreifung. Gefeinde werden überhänden. Motor. Einreifung. Wann brechen wir auf? 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 Und das bereit? Langsam. so kraftwerk und dann ist es abgestützt nein ich speichern los nordbunker ich sitze in meinem bunker ja ja so ich gehe mal kurz borsche ich hoffe dass in der zwischenzeit nichts bösartiges passiert wenn dann gehen wir unter hast du gerade gespeichert unser stützpunkt wird angegriffen ja 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 ein kleiner angriff da oben aber haben sie es alles gemacht? ja ja inzwischen sollten sie dazu in der lage sein auch glaube ich ansonsten alles andere wäre einfach nur schade ja jetzt gleich können wir hier unten nochmal dicht machen und dann können wir truppen bauen ja 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 abgeschlossen abgeschlossen noch mal das bereit wir bauen übrigens die ganze zeit schon truppen falls es nicht doch doch gut und zu reichen der mitte unser stützpunkt wird angegriffen in essen heidhausen stürzte die zwischendecke eines lebensmittelmarktes ein was ist denn jetzt vom regen also gestern nacht vom ganzen regen heftig ist da jemand verletzt worden das war ja doch in der nacht schatz wo gott sei dank ja aber kann ja sein nachtwächter irgendwas dass da jemand war oder so tant tant ist das gebilde von menschen haben zwischen senkel stürzt auf einer fläche von rund 30 quadratmeter ein verletzt wurde zum glück keiner ja bei den eltern ja auch gestern ist ja auch reingerechnet die haben auch gesagt gott sei dank haben wir gestern die haben das fußballspiel geguckt danach haben sie noch den film geguckt hätten sie den film nicht geguckt wer da so passt wahrscheinlich so durchgebrochen mitten in der nachtschung haben wir wollen nämlich eigentlich gerade ins bett gehen fucking hell man dann hat sein vater das noch diese tapetenblase die sich gebildet hat mit messer aufgestochen besser so etwas heraus lassen als man es nachts platzt ja da versuchen sich schon wieder schau dir das an aber wir sind kurz davor geschlossen feurige zerstörung was ist denn jetzt hier hast du hast da nur laser gebaut und nicht für menschen genau du hast einen schredderturm vergessen da sind eigentlich schreitertürme aber die sind glaube ich gerade ach so doch ach die werden aber auch gerade repariert los los ah nichts kann uns stoppen das verklärt eines unser stützpunkt wird angegriffen räuchert sie aus opfert sie den flammen brennt alles an da da abgeschlossen da vorwärts vorwärts ungeeigneter bauplatz einheit befördert ja eher so da in der ecke ungeeigneter bauplatz ungeeigneter bauplatz schiri 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 wieso schon wieder mach schon wieder ja gut hier soll der jetzt gehen sollte soweit jetzt dicht sein dass du wieder truppen bauen kannst vor allen dingen flammenwerfer die sind richtig geil schwarzer hand hier oder die flammenwerfer panzer 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 ja wir arbeiten daran ich weiß wer sollten wir jetzt auch nicht machen feindliche einheiten in sicht unser stützpunkt wird angegriffen jetzt gucken wir oben weiter gut ich hatte ich habe die in für die geschaffen ist durch unseren stützpunkt wird angegriffen ja kann man auch keiner auch nur in die nähe von den hauptbasten hier arbeiten die dann überarbeiten die nicht wenn die repariert werden machen wir erst mal kurz alles ab und dann bauen wir wieder trocken abgebrochen abgebrochen kann sich um irgendwie auf das große kistapfett und dann sagen ich breche alles auf keine ahnung feurige zerstörungen abgebrochen abgebrochen reparatur läuft unser stützpunkt wird angegriffen reparatur läuft reparatur läuft reparatur läuft was jetzt da steht da in einem toten winkel oder sowas das ist ein bug das ist der tote winkel so nah dran vielleicht für die tür das soll ich mal reparieren kinder so und jetzt haben wir uns aus fünf panzer hat von jeder sorte und zehn männer von jeder sorte unzureichende mittel so der eine flammenwerfer muss näher an nichts kann und stoppen da kommen die drohen schon da sind sie schon ja und er hat einen millimeter daneben hey blacktrack warum sagst du nix unser stützpunkt wird angegriffen auf kämpfer durchladen ja er er hat verloben das heißt ja hier muss mehr laser hin ein laser muss hier noch hin und dann noch eine links der bums der ich bin ja schon anbauen glaube ich da immer dieses warte ich bin das so unwartig da kommen sie aber nicht weit ok wenn er von hat er hat einer leitung wie nervös die kleinen maschinen sind links rechts ich sehe jemand ich habe so angst hallo 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 ja 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 Hol' ich mal wieder zurück? Kann ich alles gleichzeitig. Unser Stadtspunkt wird angegriffen. Naja. Wir brauchen Sanitäter. Na, schön wär's. Hui hui. Und dann sterben. Gehen wir zu eins. Das schaffen wir nicht. Auch nicht. Lass erst mal die Leute bauen. Wir schaffen das. Können wir das schaffen? Nein, das schaffen wir nicht. Unser Stadtspunkt wird angegriffen. Das ist wegen morgen CDU wählen. Dann habt ihr auch kein Duktus mehr. Dann schafft ihr es erst recht nicht. Fick Scheiße. Ja. Ja. Wir haben die Raketen. Ja. Wir haben die Raketen. am Arsch. Ja. Da kommen sie wieder. Da muss doch diesmal mal passen mit fünf Fahrzeuge da. Komm. Ratsch, 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 ratsch. Bis jetzt. Es ist so sehr. Einhalte. und Einhalte ab innerhalb. Na, also. Es musste doch auch nicht klappen. wie wo bleibt denn jetzt aus jerry tier der sammelt doch gerade erntet so viel ihr könnt recht das haben wir schon assimiliert natürlich ja unsere leute dahin stellen und hoffen und beten und aber erst mal müssen wir ihn bei irgendwie wehtun er hat immer truppen runter gesendet das war das problem wird uns befreien schafft die kohle waren die ja der rechts ist an der base oder feurige zerstörung wir haben die raketen wir hatten gerade gespeichert sammeln dich die unten da im schwimmen was wir die anderen hatten weil ich weiß nicht ob du alle kannst du dann sammeln auch da hinschicken dann geht das vielleicht schneller wenn du die jetzt hier in der weile mal sammelst auf zu den kristallen und dies wunderbar leuchten links stehen noch mindestens zwei fahrzeuge können ja auch mal stehen bleiben abgebrochen wir haben die raketen wir haben die raketen tiberium ist die lösung wir brauchen mehr dieses land ist reich ein paar männer muss immer noch zu hause halten ja sonst gibt hat eine große ficke zusammen auch schon da einheit wird angegriffen aber da der sammler sammeln wo ist er denn weg die ist wunderbar leuchten jetzt haben wir zu zu hause wieder wir haben fertig ist und er sammelt dann unten und dann gucken wir weiter kommen wir brauchen mehr reinigende flammen ja dann ficken wir so vorsichtig feindliche basis in sicht feindliche einheiten in sicht das war schon wieder das war schon wieder das war es schon wieder schatz ja ich sehe es wir brennen vorsichtig und ich bin nicht amused mit dem zweiten sammler können wir vergessen ja da muss eine andere taktik her ja wir brauchen mehr trocken und dann müssen wir oben rum gehen hier sind sie offensichtlich so stark ja aber da wurden wir ja auch genauso weg piept ja kann ich dir nichts zu sagen ja ja kann ich dir nichts zu sagen ich geh nochmal in die küche jo bringst du mal was mit? mhm korrekt unser stilbruch wird angelassen schwarze hand einsatzbereit schwarze hand einsatzbereit reparatur läuft einheit wird angegriffen suchen wir sie vorwärts los unser stützpunkt wird angegriffen tiberium belastung gemessen vorwärts bau unterbrochen abgebrochen bau unterbrochen Abgebrochen Buh! Buh! Es wird Asher wegnehmen. Buh! Schwarze Hand einsatzbereit. Schwarze Hand einsatzbereit. Ja, das dauert jetzt erst mal ein Jahrhundert bis es durchgebaut ist. So ist das nun mal. Wir haben uns festgefressen, definitiv. Gehen wir auf die Yacht. Aber das schaffen wir schon. Schwarze Hand einsatzbereit. Der Unterste muss doch reden, ne? Und munter laufen hier noch die Zivilisten rum, ne? Ich weiß auch nicht, was das soll. Ja, hier mache ich jetzt gleich nochmal ein bisschen. Ja, was soll's? Hab ja Zeit, ne? Trink mich ja nichts. Deswegen kann ich ja speichern oder laden. Ich weiß nicht, ob das die Worst Solution ever imaginable ist, oder? Ein Stützpunkt wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Schwarze Hand einsatzbereit. Einheit verloren. Wahrheit. Warum habe ich eine Einheit verloren hier oben? Ist wieder einer so mutig gewesen, oder was? Vermute ich. Ich hab keine Ahnung. Ich hab noch nicht immer gesehen, dass irgendwas aufgelistet ist mit Kampf, weißt du? Hm. Kann man auf einmal Einheit verloren. Deswegen frag mich bitte nicht. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Bau unterbrochen. Ah. Geh'n wir auf die ja! Ah! Gettet! Schöngeschön. Geh'n wir auf die ja! Ah! Schön, schön. die zeit legt mich am ohr abgeschlossen schwarze hand einsatzbereit unser stützpunkt wird angegriffen ungeeigneter auch ungeeigneter bauplatz ungeeigneter bauplatz ungeeigneter bauplatz ungeeigneter bauplatz ungeeigneter bauplatz baut es sind aber auch gleich unsere möglichkeiten vorbei was habe ich morgen nur die out-of-office appointments ich bin irgendwie nicht mehr in den kalender drinnen doch du bist in dem kalender drinnen er musste die synchronisation mit dem kalender wieder aktivieren auf dem neuen handy ja hatte ich eigentlich und wie viele schlusspunkt angegriffen das ist nix morgen weiter auch nicht mein gott das notebook spackt jetzt auch schon wieder rum hier oder was also nicht so lange da war dann musst du mich mal neu laden ja dies klar ist wirklich wieder f12 ist der chat wieder weg diese tausend sachen die immer und immer wieder passieren da fühlt man sich irgendwie ein bisschen doof oder so ganz dezent so also wenn jetzt hier noch einer durchkommt ist das echt dann schietet die npc ich kann sogar noch ein bau ich wüsste gar nicht vor den hinstellen soll aber ich kann noch ein bau mit der energie wir haben ganz ganz seltsam nichts kann und stopp doch da fein hast ja noch einen bau die man erwartet befehle ich gehe mal kurz zu speichern die bosch mal nicht ok mal sehen was passiert in der zwischenzeit die dampfe fällt um der bulle von der bahn taucht auch kommt der denn hier rein angegriffen ja 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 No, 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 no. Okay, gut. Ich akzeptiere deinen Tod nicht. Ja, ich mich auch nicht füllen. Aber was? Na, komm. Jetzt haben wir ja noch einen so einen Laser-VC hier, ne? Ja. Gerne. Ungeeigneter Bauplatz. Hier ganz klar. Ja, wir machen mal hier. Oh, jetzt läuft das. Männer, wollt ihr ewig leben? Bis die, bis diese Bauphase rum ist, äh, bin ich, glaube ich, Opa. Oh, nö. Ja, musst du mit dem Opa ins Bett. Ja, aber so lange wollte ich heute nicht mehr wach bleiben. Keine Angst, das geht gleich ganz schnell. Shadow Team erwartet Befehle. Shadow Team. Shadow Team erwartet Befehle. Wir brennen. Ist der Dings dabei? Nein. Ich habe natürlich keinen einzigen... Ja, ist im Bau. Ist im Bau, ist im Bau. Was soll ich anders sagen als ist im Bau. Nach dem nächsten Großprojekt sind sie auch wieder dran als geliebte Kunden. Bis dahin tut mir leid. Aber der Arsch von anderen ist nun mal wichtiger. Ich putze erstmal dem Reichen den Arsch ab. Und der Stützpunkt wird angegriffen. Oh, komm schon. Shadow Team erwartet Befehle. Es kann noch nicht so endlos lange dauern in dem Modus. Aber diesmal warte ich, bis alle Einheiten fertig sind, dann nehme ich die U-Bahn. Ich glaube, mit der U-Bahn hat das echt mehr Erfolgschancen. Wobei, eigentlich auch wieder nicht. Ach, ich habe doch keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung, Mensch. Könnte es ja nochmal versuchen, wenn du willst. Oder wir warten, bis diesmal wirklich alles fertig ist. Ja, nee, wir warten jetzt erstmal noch. Ja, und was machen wir jetzt hier? Was machen unsere Zuschauer jetzt hier? Ich meine... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch gerade nicht. Ich bin gerade... Spielt euch an eurem Geschlechtshaus. Genau. Spielt Kenny Crush an der Zeit. Ach, ist das eine Ficke. Shadow Team erwartet Befehle. Wo hast du dich sagst? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Joho. Nee, guck und fick dich. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ha, 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 ha. Ich kann es gerne immer wieder versuchen, aber ich bin bald bereit für den Gegenschlag. Und dann... Na dann... Hätten wir wenigstens irgendeine Superwaffe. Shadow Team erwartet Befehle. Feurige Zerstörung. Shadow Team erwartet Befehle. Äh... Ah, der war süss. Das war so, ja. Zisch. Reparatur rein. Ich meine, werden wir wieder mehr, aber trotzdem, das kotzt mich insgesamt ziemlich an, gerade diese verfügte Situation, in die wir uns hier manövriert haben. Aber ich will nicht einfach neu starten, ich will das jetzt irgendwie überleben. Nicht nur überleben, ich will siegen. Wieso guckt der so einem Scheiß eigentlich zu, ganz ehrlich? Ach, du bist wieder so gemein zu dir selber. Zu wem soll ich sonst gemein sein, wenn ich zu mir selber... Ich will das wissen. Ja. Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Äh, ja. Kämpfer durchladen! Genau. Es gab auf jeden Fall ein paar Bodentruppen jetzt. Mhm. Ach Gott, schon. Das ist... ...anfucking fassbar hier. Ja, wir brauchen... Ja, wir brauchen... Ja, wir brauchen die alle! Ach, das ist doch... Soll ich das über Nacht laufen lassen und wir gucken morgen nochmal... Ich weiß ja nicht, ob das hilft. Nee. Ich weiß, ich keine Ahnung, vielleicht sollten wir morgen einfach weitermachen. Ich hab... Ich weiß noch nicht so genau. Ich zeig es für mich gerade alles gerade. Ja, wir müssen jetzt einfach Geduld haben, das ist alles. Geduld ist eine Tugend, die heutzutage der Jugend nicht mehr mitgegeben wird. Siehste, und du bist jetzt quäkig. Ich bin jetzt quäkig, ja. Mhm. Ja, aber was soll ich denn.... Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Was soll ich denn sagen? Machen schon. Ähhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ähhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ich mein, wir haben ja offensichtlich die Möglichkeit, wenn wir die Geduld haben, uns entsprechend hochzuritten. weil er kommt ja nicht mehr durch naja das ist etwas nur bei meinem glück wenn ich jetzt gleich die einheiten gesammelt habe und dann losmarschiere glaube ich direkt in so eine einheit rein die normalerweise an unserer verteidigung total abgebrannt wäre aber die fickt mir dann wieder 90 prozent an meiner einheiten und zwar mit so einem stahl prängel verstehste das ist kein sex der fickt hart wir haben die rakete störe wir haben die raketen zweieinhalb einheiten das ist ja wie eine ampelschaltung im ruhrgebiet digga mit jeder grünen phase kommen zweieinhalb autos rüber und der letzte wird noch ausgehoben weil da kann noch mit zur hälfte rüber meine güte ich aber ja können wir schaffen wird angegriffen angegriffen war schon wieder weg das war ja ein toller angriff wenn ich jetzt wenigstens was vernünftiges zu rauchen hätte aber liquid kommt erst in zwei tagen was soll ich machen was soll ich machen ich bin opfer von elektronik ja du bist ja nur an deinem handy am rumpimmeln ja dann macht das auch was sinnvolles daraus was soll ich weiß ja nicht so ich irgendeinen opfern oder was ja karl heinz kommen wir mit ihr menschen jetzt geht's los ja ja dann lass mich noch mal pinkeln dann gehen wir angreifen ich glaube dass das auch der einzige grund gewesen die inka und maya so die hatten damals auch nichts zu tun haben ja komm lass mal menschenopfer machen ja bärm geile idee kumpel manche leute wirklich jetzt lang lebe candy crush das verhindert menschenopfer seit fünf jahren oder seit wann gibt es das sieben jahren unglaublich scheiße das sind schon eine menge einheiten aber irgendwie habe ich das gefühl dass das immer noch nicht weil der ist so total immer der typ darum wir haben die raketen wir haben die raketen ja ich hätte auch keine raketen oder was geht unser stützpunkt wird angegriffen ja gar nicht immer auf meinem ich brauche ihn doch wohl noch reparatur reparatur sagt fallend einfach sackfallend wir haben die raketen wir haben die raketen wir sind unterwegs hier gemacht wir haben die raketen so und dann sammeln ich speichern erst mal sammeln ja komm lass uns irgendwen quälen gehen nichts kann und stoppen doch der feind aber naja lass mal sehen ob sie den flammen die bildung die bier die um belastungen die bier die um belastung messen einheit sie aus einheit verloben einheit verloben denn die rampe das können wir einnehmen das gebäude aber mehr auch nicht also gar nicht mehr so übel hat sie jetzt ein tausender gegeben feindliche einheiten in sicht die bruderschaft von zu reichen der mittel ich hab noch mal so ein ding ok schon lange noch ja räuchern sie aus opfern sie den flammen räuchern sie aus da sind wir zwei einheiten ok und hier ist er wohl offensichtlich gerade weiter 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 vorrücken ich habe ein das was da mit den leuten wir sind unterwegs das ist mir egal ich will jetzt nur ein bisschen was kaputt machen ja da kommt jetzt wieder mit dem dinger und verstärken wir müssen die heran die 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 verstärkung heran ja super jetzt sollen sie wieder kommen müssen wir erst mal wieder kommen wir haben wir auf jeden fall hier ordentlich aufgeräumt männer warum jetzt sehen von jeder steht von jeder art sollte auf unsere arche kommen wir haben die raketen wir haben die raketen jetzt sind das noch drei gerade waren das noch eine bazillionen wir kommen jetzt auf jeden fall gleich irgendwo runter gepimmelt aber wir sind ja vorbereitet krieg ist immer gleich tut mir leid da ist da rechts eigentlich noch das feld aber da werden sie jetzt herkommen ne ja ich kann jetzt den einen letzten sammler den wir haben kann ich nicht riskieren wir sollten wir vielleicht morgen weiter machen ja wieso warte jetzt nochmal eine halbe stunde oder so morgen geht ja nicht morgen ist ja schon die durchsession hä morgen ist donnerstag morgen ist weiter oh ja gut wir haben die raketen wir haben die raketen wir haben die raketen feurige zerstörung können wir jetzt auch durch machen ne wat ich bin auch nicht der schnatti du ich mach nicht durch ich mach nicht auch nicht ja ich bin zu alt für diesen scheiß weißt du was ich das geilste wäre für mich an der reise irgendwie zu proxima centauri oder sowas das schlafen ja die 65 jahre äh truio schlafen danach werde ich wieder frisch glaube ich da könnte sie mich wieder eine woche lang nerven da kommen sie aber auch nicht mit einer größeren einheit wie gedacht wie sonst reparatur läuft reparatur läuft reparatur läuft ne die pimmel haben sich da oben wieder zusammen gezogen ja müssen wir es morgen weitermachen oder wir haben die raketen ja ich weiß es ja nicht doch da waren gerade so viele die raketen einheiten noch die haben sich auf einmal mit dreifacher menge auf wir haben ja 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 weil die gd wieder truppen gelandet hat aber jetzt hat sich das wieder alles verlaufen hat sind nur noch diese drei die drei pimmeln hier oben ich weiß ne raffinerie ne waffenfabrik und äh noch ne waffenfabrik oder was nein raffinerie die die äh ähm hoppbasis der bauhof meinst du bauhof ja genau ist halt der bauhof nein das ist die waffenfabrik das ist die waffenfabrik nein das ist der bauhof nein ja ich weiß nicht wenn wir durch die mütte gehen sind wir gefickt aber hier eigentlich nur die straße hoch ja ja das ist ja eigentlich nichts zu tun ich sehe da nur im moment ein häuser ding aber nicht mit der kleinen mannschaft speicher guck na komm lauf doch jetzt hier nicht da sind auch vor allen Dingen fünf ingenieure dabei ne 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 ach so die hier brauchen wir wir haben die raketen für die flammenwerfe die sind weitaus besser wir haben die raketen teurer ja ja verpiss dich bloß ja lügen tust du lad mich sie wieder weg es ist alles bereit da boah ich bin hier auch alleine hin siehste das sind nur eine gute Menge Reparatur ja das ist jetzt erstmal wichtig stopp äh einer war da noch ja mein gott reparatur läuft alter schwede das feuer ist mit uns und mit meinem geistel ich mag feuer aber viel mehr mag ich also viel mehr als feuer mag ich eigentlich wasser kampf durchladen wind in meinem fall vater wind ja aber wasser ist so ein kleines arschloch ja passt ja zu dir ja haut dich nicht sofort weg ne aber mit geduld ne feindliche einheiten in sicht oh komm schon du kannst doch gar keine machen piff 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 also beim fragenhauser ne nein was ich frage das nicht nein was nein was was keine frecks ich leide nur unter einem ding das mt bier sind rum ja das heftig ne schlimm ist er ja weißt du was hilft ein bier bier das kämpfer durchladen kämpfer durchladen ich glaube das kriegt noch so gerade eben hinter dich so und dann ist feier ab ne letzter kolben den können wir uns da noch reinziehen aber den kannst du dir dann noch reinziehen ja du dir auch ne wieso nicht weil ich jetzt nichts mehr esse ja gut dann lässt es ich geh dann ins bett fällen sie aus und Sicht aus und bett ja von mir aus ja ah ich werde dann zwei bis sechs Uhr wach liegen aber das reicht nicht vorne und hinten nicht ich meine wir haben eigentlich schon die produktionsmöglichkeiten für einiges weggenommen aber ja speicherversuch ist jetzt noch mal einfach mal auf 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 kampf jetzt hier so ja wir müssen ja mal was versuchen jetzt schon die ganze zeit aber schon die muss einfach mal auf krampf ja los geht's halt stopp stopp da schon vorher schon haus weißt du nicht du weißt du ja aber du weißt nicht ob das hinter dem nebel des krieges tatsächlich noch so liegt doch weil das hinter dem viertel hier ist weißt du da das hoch aus feindliche einheiten in sicht wir müssen näher einheit wird angegriffen ah 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 Und langsam. Feindliche Einheiten in Sicht. Vorsichtig. Feindliche Basis in Sicht. Stealth-Einheit geortet. Flammen sind um. Einheim verlogen. Brennt alles wieder. Einheimen verlogen. Kronos Ziel erreicht. Feindliches Kommando entdeckt. Röchert sie aus. Geht mir auf gelerken. Geht mir auf gelerken. Geht mir auf gelerken. Hat sie vergessen. Raketen. Macht sie fertig. Meine bessere Position. Das sind sie weiter. Ja. Okay. Wir laden morgen neu. Ja. Beziehungsweise ich lad jetzt erstmal neu, damit er nicht irgendeine Scheiße speichert. So, und dann werden wir uns jetzt mal in die Länge begeben. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Panzer. Wir haben ja mehr von diesen Flammen. Wir sind ja am Start. Wir sind ja dabei. Von daher ist erstmal Schuss für den aktuellen Moment. So, wir sehen uns heute Abend. Also heute ist nämlich Donnerstag. Sehen wir uns wieder ab 20 Uhr zu einer Runde Trucking oder was auch immer. Ich glaube, ich spiele mal eine Runde Battlefield. Ich glaube, ich mache einfach mal eine Runde Battlefield um 20 Uhr. Da willst du es miterleben. Okay, dann machen wir das. Machen wir Battlefield irgendwann demnächst. Dann machen wir morgen... Hast du noch deinen Skyrim-Dienster? Ja, komm. Nee, das war scheiße. Sag ich doch. Ja, dann eine Runde Trucking und danach geht es weiter mit Command & Conquer. Also, liebe Leute, stay tuned. Bis nachher. Ciao. Tschüss.